Moin, sind Sie herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play vom Rickforster Sammeln an Holy Rush und Easy Den beiden Berufsspasten, so Ihr seht, ich bin ein bisschen aufgeregt, Easy, der kleine Lappen hier drüben hat die 999 verspielten Zombie-Runden Ja, und das bedeutet, Aufnahme angesagt, ich möchte jetzt schon mal meine größten Glückwünsche ausrichten Für so viel Ausdauer und so viel Zeit, dass du so lange jetzt schon die Zombie spielst und ich hab mit 7 im Score richtig OP viel Ja, hör doch einfach auf, Junge Du hast mich vorhin, ja, drei miteinander mit dem Header rausgefickt Halt die Fresse Ich hab's dir gerade gesagt, mein Lieber, dein No-Kill ist vorbei hier, du hast mich drei Mal mit dem Header rausgefickt Ich nicht mal entschuldigt Boah, weißt du, der baller ich hier voll schon auf den nächsten und er wird nicht mal Zombie Gibt's nur noch Adry erstmal Naja, gemacht Hör doch einfach auf Ah, der kämpft mich jetzt mit dem Headshot, Easy Nein, ja, nicht mit dem Header Das hast du nicht verdient, noch nicht WAAAH, ja, du sagst, hör auf und machst mich jetzt, oder was? Ja, wahrscheinlich, halt dein Maul, Alter Du sagst zu mir No-Kill und auf einmal machst mich das so Na komm, hält sie dich halt bald dran Da machst du mich, was willst du von mir, oder was? Du, Alter, du, kack random, du Nein, Ernst, Adry, lass mir das mit Adria noch holen Ja, mein Ernst Ah, Easy, wir machen jetzt kein No-Kill mehr mit Adria, das hat er nicht mehr verdient Okay Wo ist er, wo ist er? Ja, jetzt nicht jetzt hier, aber hier Komm, wenn ich jetzt Zombie bin, komm Nein Das kann doch nicht angehen Oh nein, ich bin Brickshot Ich guck, der jetzt zugeht, wem bist du, oder? Ich bin gerade rausgeflogen Ich habe auch eine L bekommen Gegen fünf Leute, ey, keine Chance So kann das doch nicht angehen, ey Und Ich bin der Noob in diesem Modus Ich spiele das nie, weil es einfach so langweilig ist Und höchster Score Warte, da hinten ist ein Hauli Renn, Renn Schade Eigentlich hätte ich dich sterben lassen müssen Ich bring's einfach nicht hinter mich Oh fuck, meine Waffe hat sie Nein Nein Weißt du, wie, ich wurde schon wieder über vier Felder geschlagen Seriously Mit dem Scheiß Dingens Äh, wie heißt das Ding Ja, egal Ihr wisst, was ich meine Das ist die Hauptsache Geh mal kurz Nein Aua Boah, jetzt klingt das Scheiß-Telefon oder was? Nö Als ob ich da rangehe Ach, okay, du bist ein Fenner, Alter Weißt du, bei mir klingelt gerade das Telefon nebendran Soll ich rangehen? Nö Die Map ist voll gern Ja, ist einfach so Ah, es gibt nur eine tausendste Runde Schade Ich dachte, ich wäre Zombie Ja, guck mal, jetzt Skyman hat mir das Goat Sicher, heute läuft gar nicht Ich brauch die Spider, ey Das war da selten kann ich nix Ich war zieh zu heftig Hä? Pass auf Wie ich den Fahrer schnapp? Alter, abgestaubt, abgestaubt Einfach nur abgestaubt, ey Oh, da hab ich Atrium-3-Score überholt Gucke mal Mich, bin ich unsichtbar Ich bin da Also ich, also ich seh dich nicht Weg da, weg da Oh fuck Eins, zwei, und gestealt Haha Du kommst jetzt erstmal zusammen taktisch Hä, was ist denn das? Taktik, kann man das essen? Ba-dam Ba-dam Taktik, kann man das essen, wenn du das meinst Jawohl So muss das EP, komm hier, willst du mir? Ja, ich bin da Ab ihn Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Taktik, rollt mich der kleine Lover Anstatt, dass du mal nen Ton sagst Ah, du bist so ein Arsch Ja, wir haben doch gesagt Kein No-Kill mehr mit ihm Och nö Aim-Fail Ich will nicht pushen Ja, aber, äh Easy, zweithöchster Score, ne? So muss das Ja, ich bin Ah, nein Scheiße Das kann nicht angehen Da spawnt der neben mir So Das war an Faken Ach, kratze doch die Flöhe aus deinen Sackharen, ey Du Passerlacken Neeee NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE D Modell kill Weißt du, ich kann nach dem angehen, dass der schon wieder ist, ey Weißt du, ich kann nach dem angehen, dass der schon wieder ist, ey Weißt du, hat der Low eins, sieben, sechs, ähm, äh, Score G-Nein, das war nicht meiner Ganz ehrlich, Atri ist einfach nur weil der so weit schlägt Ja, der hackt einfach Los, komm hier Kickord gegen Atria, weil er ein Hacker ist so stimmst du ich stehe wenn ich jetzt gekickt werde das war voll geil mach ich doch was willst du auch alter schon wieder ja warum schlägst du mich denn dann ja weil wir kein okay machen vielleicht oh man oh ich rieche einen spaß die ich habe geford okay aber so scheiße da bräuchte ich mal verdammt jetzt musste angst haben von hinten von hinten bitte guck dir das an guck dir diese entfernung an warum kriegst du das so weg alter du kannst nicht mal sehr gut warte wo ist da ein holly wo ist da ein holly ich wills gp hast du die komm lass zusammen warte lass zusammenlaufen lass aber zusammenlaufen nein hast du diese entfernung gerade aufgenommen gp ja dann können wir harte danach mal melden ist etwas so was ist ein kleiner Gutelein was der hat doch jetzt gekillt los bist du sorry ja schön was da ist ne light da ja ja und wieder jetzt geht es jetzt holen wir doch noch den Viscount Glow ein ja das geht echt nicht klar war moment ne das bin ich ey ich stell grad echt ganz kurz so aufm Schlauch rum ey ich dachte so hm Viscount haben wir noch einen im Raum ne da war ja was boah alter wie sie alle da oben campen guck mal wo nicht das Windpick ist Leute der liegt aufm Boden ja der schläft grade der schläft grade der schläft grade an der Ecke also Level 58er Lode hab ich schon lange abgehängt ja das ist aber auch easy ah alter die Runde ist so schlecht sonst hat man hier 5000 score ja ohne Spaß ich hab ja auch meistens 5000 score ist ja voll das Battle grad warte wo ist denn der ach da ist der aber die Entfernung die Atri schlägt alter das ist krass ja weißt du der steht hier ja und schlägt dich bis hierhin voll das ist so abnormal vor allem die Ecke da ich stand an der Ecke der stand vor dem oder so so weil ich nicht so so halt ooch genau und jetzt bin ich natürlich Brickshot ey ich kanns jetzt ich kanns jetzt was müssen machen ich kanns reißen Junge ich kanns reißen du kannst jetzt nochmal die score pumpen weil der ja naja aber besser gehts dann gar nicht rechts von dir ach von hinten wenn der geht jetzt in den oh my god so low Skyman reißt das Ding hier reißt niemand wo ich den Brickshot raushau natürlich ey wenn es hier äh so let's äh äh doch kein da ist da doch kein da ist endlich da ja Hallo Dockene Hallo lol der ist Zombie pass auf oh guck mal der Low hier Low Rush zuckt gerade Orion hier guck's gern ich kann eigentlich immer ein bisschen Werbung machen für meinen Clan ja bitte 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 ich bitte darum bitte stell mal dein kleines im Video vor ähm ja 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 und wir suchen halt gute Zombie Leute kann man sich ruhig mal verspielen nicht campen aber get on Junge ähm diesmal nicht an holi diesmal nicht EPE nein warum sagst du denn nix ey ich konnte gerade nicht ich hab gerade Luft geholt keine Ahnung das kann man auch durch die Nase schnauben so ne oh nein jetzt hab ich mein Bildschirm besabbert boah jetzt hab ich gerade ein Trubbelgeld an Leute rausgehauen Sehr gut Wer lebt denn noch? Marius LOL Der ist jetzt nicht mehr da Also ja schon Jetzt ist er weg Leben nur noch du Und er Ich wollte zwar weg Egal Egal So Leute Bitte einen Glückwunsch Einen Applaus Bitte einfach mal in die Kommentare schreiben Für Tausend Runden Zombie Glückwunsch an Holy Rush ist ein Hurensohn Gute Runde Leute Wir Konnte ich nicht mehr Ich wurde gerade gekickt Warte Moment Ich zeig's dir Ja Also Tausend Runden Zombie Einen riesigen Respekt an dich So Leute Das war's von mir Wir sehen uns dann gleich beim nächsten Mal wieder Bis dann Haut rein Ciao Ciao